Fifty Languages Forty-one Einundvierzig Einundvierzig Where is Orientierung Orientierung Where is the tourist information office? Wo ist das Fremdenverkehrsamt? Do you have a city map for me? Haben Sie einen Stadtplan für mich? Can one reserve a room here? Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren? Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren? Where is the old city? Wo ist die Altstadt? Where is the cathedral? Wo ist der Dom? Where is the museum? Wo ist das Museum? Wo gibt es Briefmarken zu kaufen? Wo gibt es Briefmarken zu kaufen? Where can one buy flowers? Wo gibt es Blumen zu kaufen? Wo gibt es Blumen zu kaufen? Where can one buy tickets? Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen? Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen? Where is the harbor? Wo ist der Hafen? Wo ist der Hafen? Wo ist der Markt? Where is the castle? Wo ist das Schloss? Wo ist das Schloss? When does the tour begin? Wann beginnt die Führung? Wann beginnt die Führung? When does the tour end? Wann endet die Führung? How long is the tour? Wie lange dauert die Führung? Wie lange dauert die Führung? Ich möchte einen Führer, der Deutsch spricht. Ich möchte einen Führer, der Deutsch spricht. Ich möchte einen Führer, der Italienisch spricht. Ich möchte einen Führer, der Italienisch spricht. I would like a guide who speaks French. Ich möchte einen Führer, der Französisch spricht. Ich möchte einen Führer, der Französisch spricht. Ich möchte einen Führer, der karşı educated ist.